Und schlussendlich hat George einen ganzen Stapel Bierkorn in seinem Wagen. Wow, er kann nicht mehr warten, entweder nach Hause zu gehen und anfangen zu lassen. Gerade vorhin hat er eine ganze Rampe, die du weggehst, zum Schalter, den man auslehnen kann. George ist noch eine richtige Wagen nach Hause. This takes a bit more effort than usual. That's pretty amazing. Pretty amazing. Man kann test the water, because the water is so fast. So fast, the water is so fast, that the man can test the water. So fast, the water is so fast. George is so fast, and he is so fast. George is so fast, and he is so fast. He is so fast, and he is so fast. But, oh oh, boom, he falls for my three. Eine kleine Stil von Enzyklopoli. Ich bin mit grosse, grosse, dicken, schwere Bücher. Und alle Bücher fliegt in die Luft. Und so. Und, hopper, hopp, blendet er in eine Stapel Bücher. Oh nein, hat der Bub gesagt, wo der Volontär ist, wo man den Umgang gesehen hat, von George Martin, schau mal die vielen Bücher. Oh, wenn kann ich all diese Bücher wieder versagen? Oh, ich will den Buch auslernen, hat der Bub gesagt, der auch in der Geschichtenstunde war. Und so, mit der Hilfe von George und allen finden, hört es ganz schnell die Bücher mit dem Buch auslernen. Gerade jetzt nur noch eine dritte Stapel von Büchern, wo George mit heim nehmen. Willst du die Bücher heim nehmen, sagt der Volontär. Und so nimmt George zum Schalter von den Büchern auslernen und hilft ihm, dass er seine eigene Textkarte machen kann. Und George hat seine vorhanden neue Karte gegeben. Und hat sich so geholfen, dass er mit dem Mann mit dem Gehlenhut. Der Abis George sagt, oh Gott, ich habe alles bereit zum Bücher auslernen. Und George hat seinem Freund auch seine Bücher gegeben. Und dann sitzt er in den Diktaren und hat gesagt, hier werden noch einen. Und sie lacht, als sie George sieht mit seinem Stapel von Büchern. Das ist eine 240 Takeda. Nice. Ja. Ja. Ja.